ein wunderschönen guten hallo meine kleinen freund hier auf youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ttt zusammen mit david fisk flocke julie kapuze kundran nils tau und der katze hallo hallo ja ihr habt es gehört da ist jemand gerade eingeatet da hat jemand erschossen am ende wo bist du nix gewinnt da hat er untergeschossen oh Gott items ich hab nur noch 15 items der hat mich auf 15 runtergeschossen was der wurde gehetschossen ja wo ist der date wo ist der date wo ist der date wo ist der date da ist der date der date er war jacal deswegen doch 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 ja der date der date was wer ist denn ding hey der jacal der der mich nicht so runtergeballert hat was ist jetzt mit dem date die frage ist warum die leichen weg ok gut die leichen sind jetzt an steuerbord ich mags das einfach so Grantsch ist wie bei der Aktivität. Warum begegnen wir uns eigentlich die ganze Zeit? Warum sind die Leichen weggetragen worden? Ihr ist doch immer noch Grantsch hier. Hallo. Aber da, wo die Leiche gecallt wurde, ist es woanders, als da, wo sie eventuell nicht war. Aber ich glaub, Nils Leiche müsste vielleicht noch leer sein. Jetzt kriegen sie wieder an der normalen Position. Ey, ich wurde von dem Schneeball getroffen. Gesehen hab ich. Du liebst Grantsch. Du liebst Grantsch. Du liebst Grantsch. Jodesch. Na ja, oben. Ich hätte jetzt gesagt, es soll... Ich hätte jetzt gesagt, es soll Nils sein. Aber ich weiß echt nicht. Items. Was denn? Ist man hier rein? Guck mal auch nicht rein. Was machst du? Weil ich gegen Grantsch gekämpft habe. Warum bist du so Hurt? Ja, ich bin hier die ganze Zeit. Hurt, Hurt. Warum wächst die ganze Zeit immer? Hurt, Hurt, ja. Dede. Wo ist'n Dede? Ich mach das auch die ganze Zeit, items, äh, items. Hier läuft einer mit Schneeball. Was? Was? Warte mal Kalt. Das hat er nicht angefangen. Da kam eine Taube. Oh, eine Hochzeit. Was ist die Zeit? Oh Gott, ihr seid solche. Was ist das jetzt? Ich nehme an, die Fates haben geregelt. Unglaublich. Was haben wir? Warum hab ich ne Taube gerade? Was? Leid ne Taube. Leid ne Taube. Au. Blocke, der Taube, Hunter. Kapuze. Blocke ist tot, der Kapuze ist tot. Was für Hunter? Ja, okay. Er hat mich geschossen, ich konfiere mal. Kane? Jo. Er war Traitor. Kane? Kane ist es auch? Ja. Ah, eine hätte es ja wohl treffen können mal. Mann, was da... Oh, hey, yo, yo. Kane ist oben aufm Schiff. Wo ist der? Ja. Er ist runtergeschnitten. Mann als Obdi. Da. Ach, kass. Der Schöne Taube. Das war'n... Äh... Was war das grad für... Was war das? Bei 5 Leuten hat man da echt Probleme mit sich alles zu merken, die da stehen, ey. Der war ne Todesengel. Dieses Scheiß. Ich? Hättest du dich die Märtyrer von Pain mitnehmen können? Weißt du, warum du gestorben bist, Tata? Ja, weil Maru dich erschossen hat. Richtig. Ein verrieter Maru. Ein verrieter Freund. Wie findest du das? Ja, direkt am Anfang. Direkt. Du hast ja... Du hast ja... Du hast ja... Hast du's gesehen? Ich hab dir meine Poison Gun gezeigt. Ich... Ich dachte, ich zeig's halt. Ich dachte, das war ne Diegel. Nein, das war ne Poison Gun. Wie? Da hat er ausgepackt. Jo. Aber ich hab... In Tata, denen trau ich das zu, dass du mitspielt. Ja, er hat's nicht mehr erkannt. Ja, das ist eben... Das ist ein Game. Ne, der tut ja nur so. Aber ich vertau ihm. Ich hab ihm vertau, dass er nicht Blödsinn hat. Der will nur spielen. Gell? Gell? Freunde fürs Leben. Gell? Das ist der Freunde fürs immer. Freunde für immer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es geht so schief. Es geht so schief. Es geht so schief. Aber es geht so schief. Flogge kann es sein, dass du den falschen Korven erwischt hast. Flogge Freunde fürs Leben, und ein bisschen mehr. Das Ding ist gerade gestorben. Was? Nein, ich lebe das jetzt keiner wieder. Granz bist so schön gegen die Reden gelaufen. Er hat gehört, dass Flogge kommt? Nein, er hatte auch kurzzeitig keine Waffe in der Hand. Eben, ganz genau. Doch, doch, auch Dalo hat er recht. Dass du überhaupt Dalo noch traust. Hä, das war ein... Fisk, er ist hier, er ist hier. Lass ihn abfahren. Nein! Du hast gelogen, ich bin nicht verbunden. Nein, das meine ich nicht. Er soll dich dann töten, wenn ich inno bin. Ey, Fisk! Was haben wir schon zum Kupuze? Ich habe nicht mal die Waffe. Nein, 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 nein. Granz ist gerade verdächtig auf jeden Fall. Schieß Granz ab, sonst bist du auch verdächtig. Ey, wer hat die Granate geworfen? Fisk? Du, du hast... Ah, wow! Granz ist nicht tot. Wer ist jetzt gestorben? Dalo ist gestorben, ey. Ja, weil er sich gehetzt hat. Mit deiner Kombo, ey. Du kannst ihn mal beleben, doch. Nein, nicht Dalo wieder beleben. Aber doch, klar. Was hast du rufen? Geh weg! Warte, kann ich die Credits haben? Kannst gar nicht haben. Geh weg! Fisk, wenn du wiederbelebst, töte ich dich. Julie? Hallo! Kann mich von Granz beschützen? Hilfe! Ich bin mein bester Freund eigentlich. Hey, Flogge! Da kommt einer zu dir! Julie, komm zu dir! Also, ich werde dem Call nachgehen. Ey, wenn Fisk gleich tot ist, Julie. Was hab ich? Was soll das? Ohne Scheiß, ich kapier's einfach nicht. Hör doch noch auf, ob ich zu schießen! Du hast ein Blutfleck an dir. Ja und, das ist doch... Ja hör doch mal auf, was soll das? Julie ist ungeflogen! Es ist Julie und Nils! Ja, ist gut, danke. Die Fisk ist ungeflogen wie ein Stück Holz. Kondran! Der Kondran wurde gecallt am Anfang. Wer ist es denn? Julie! Hallo, Clap! Kapuze! Ja, ich hab die Julie grad gekillt. Okay. Confirm mal bitte. Ja, dann mach du doch. Okay. Oh, ich hab einen Boomerang. Willst du den haben? Nee, ich schaue mir nicht auf mich, das wäre ganz cool. Ja, nee, kein Problem. LOL! Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan! Ich bin ein Biest! Ja, wo kommt denn hier? Oh shit, oh shit! Ich bin unterwegs! Yes, Sam! Mann! Ich dachte, das wär ne Disco gewesen, leider. Franz, beschützt mich halt, wenn ich da wieder blöde! Flocke! Lustige Runde! Erst bist du ausgewichen, erst bist du gut ausgewichen, genau in dem Moment. Danach hab ich dich voll erwischt, aber du hast halt keinen Schaden bekommen. Ich dachte, du schießt mit Absicht dann nicht. Ich versteh nicht. Das geht alle nicht zu, Maru. Das ist das Problem da. Es hat doch nichts mit zuhören zu tun. Andere Leute erleben eine andere Story und interessieren sich grad vielleicht auch nicht dafür, was auf der anderen Seite passiert. Aber, aber, was hast du gesagt? Fisk? Oder, oder Payne? Was? Da geht's nicht sein, Juli. Ich hab keinen Eingang für den. Das erledigt nächstes Mal. Du bist ein Fisk! Und du musst auch immer bedenken, nur weil irgendeiner sagt Kundran ist, ist das kein Beweis. Du kannst ja auch einfach mal so Jux und Dolores sagen, weil Grants war's ja auch die ganze Zeit ganze Runde. Aber wenn man die Leiche findet, die es gerufen hat... Ja, dann kann er sich immer noch falsch liegen. Jux und Dolores. Z.B. wenn ich jetzt sag, ich kill Tauter, wenn ich das werde, dann muss ich das auch machen. Was ist mit dir passiert? Was? Äh, ich war mit Fisk im Deathbrief. Aber hab's nicht gemacht, also bin ich so. Okay, okay, okay. Dann bist du's. Dann seid ihr's beide. Ich dachte immer so, hämmert. Du würdest ihn getötet, wenn ihr beide Trader wärst. Das weiß ich, wenn ich das sag. Du würdest ihn getötet, wenn du Inno gewesen wärst. Ich möchte jetzt einmal diesen Coffee Cop äh... Ja, richtig. Aber deine beiden Traitor suchen. Ah, shit. Bist du wahnsinnig? Sollen wir die suchen? Also ich denk, ich hab Grants überstanden. Ich glaube, Pan, Pan ist Traitor. Ey, warte mal. Hast du mich grad auf... Du hat... Eine... Oh! Kapuz hat Items gekillt. Kapuz hat Items gekillt. Kapuz hat Items. Kapuz hat Items. Leute, was hörst du mir doch. Er hatte nicht mehr so viel und du bist auf sein Kopf gefahren. Ja, hier, hier. Oh, ja, weiß. Schon jetzt. Bist du böse? Bist du böse? Renn, 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 Renn. Schon der zweite Random Kill von Kapuz. Geh, besser nicht rein. Bist du aufpassen. Der, der fast dort schafft wurde, der spikiert. Langsam solltest du über eine Diät nachdenken, Kapuz. Wir sind jetzt bestimmt böse. The Items. Gefloppert. 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 Ey, Kapuz hast du mit einer Diegel gerade geschossen? Ja. Aber nicht auf dich. Auf mich hat er geschossen. Tau, 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 Tau ist es. Habe ich, habe ich, habe ich. Oh nein. Achso, Alex, die Bütter. Äh, Juli. Tau, Tau ist wieder da. Tau, Tau ist wieder da. Alex auch. War das so? Baby? Wo ist das dann gebrochen? Was sagst du mit Alex? Nils? Nein, habe ich nicht. Das hätte ich schon gemerkt. Nils ist tot, Nils ist tot. Meinst du? Das hätte ich nicht gemerkt. Ne, weil der Galo gut gefragt hat. Ja, weil Alex... Habt ihr zugehört? Ja, es ist Tau, Tau. Vlog ist es. Frag nur. Ja, genau. Vlogge und Tau, Tau. Ich bin Dete. Und The Grand. Ja, ich habe was anwürfen. Hey, hey, hey. Habe ich was anwürfen. Was? Was? Tau, Tau. Gegem'hin. Tau, Tau ist traitor! Tau, Tau am Anfang des Schiffes. Ganz hier unten. Greis hat hier auf die Füße geschossen. Wer schießt denn hier oben? Tau, Tau ist down. Er explodiert eh und wird wieder belegt. Julie auch. Julie auch. Allein. Was? Nein. Warum? Stopp, stopp. Hier ist Maru. Wirklich? Ja ist er doch! Ich hab's gesehen. Holy shit ey. Was ist hier passiert? Warte ich muss nur aufpassen ob er hoch geht. Wo bist du Konrad? Ähm hinten. Kannst du mir noch einmal freundlich einen Klaps geben? Warum? Weil du mich gerecht hast. Julie ist es doch wenn sie noch lebt. Also wenn du Julie noch siehst, Flocke, dann auf sie schießen. Äh, ja ich wollte gerade schauen, ich weiß von wo. Bitte nicht. Hallo? Hast du was zum Heilen? Fist, du hast was gesagt. Wolltest du Grants wieder beleben oder so? Ja, Fist und Julie wahrscheinlich. Nein, Dalu, du bist doch nicht. Wo ist der denn? Irgendwo in der Mitte vom Schiff. Dalu, ich war's wirklich nicht. Ich hab nur ne Drachele. Ja, ja, Grants ist einfach nur ne Rete doch. Wenn ich jetzt gleich tot bin, ist es... Du könntest auch was zum Heilen kaufen. Hier ist Alex's lowlight und ich auch. Dich, 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 dich. Ja. Also, entscheide dich. Äh, ja, ich versuch, ich versuch das Item zu finden. Was ist denn? Wie sieht der Dithi aus hier, ne? Hist kommt. Ja, oben. Ja. Hat er einen Hit? Ohohohohhh. Ehhhh. Schade jedes mal... Ich hab dir übrigens jetzt nicht vergisst. Schade. Das ist wie die Tierratbombe mit Rasten... Das musste ich nicht machen. Warst du überhaupt... Natürlich habe ich dich nicht mit Absicht gekillt, warum denn du warst ja nicht Traitor, weil ich weiß, dass du nicht Traitor warst. Du weißt das? Ja, im Trend steht, wer Traitor ist für dich. Achso, okay. Deswegen habe ich dir da Payne weggenommen, bevor er dich uppelt, er hat mit dir gespielt, ja, und deswegen habe ich euch schnell gesucht. Danke, du hast mir geholfen. Ich habe dich gerippt. Sehr, du magst für den Fehler. Payne, sorry, wegen dem Random-Klub. Hey, hey, hey. Die hat mich gekillt. Und was hast du da nicht gesagt, Mario? Items, Items, nein. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, weil ich war eigentlich voll live. Der Poison-Dart, Mario sofort angeschworen. Vielleicht war es da nicht. Ja, weil du den Poison-Dart immer nimmst. Hab ich nicht. Oft, also immer, das ist dein, ja, das ist halt. Das ist doch bei mir auch so warm. Das ist halt eingeschworen. Wäre ich jetzt nicht gerade vergiftet worden wäre, wäre ich wieder gestorben. Wahrscheinlich, ja. Da muss er jetzt erstmal dein Image mit den Poison-Gang. Hättest du dich geschossen danach, Mario, hättest du dich weiter geschossen. Der Schneeball ist ja zu Grants-Ding. Oh, ich habe kein Ding in Sachen. Ja, genau so wie der Tech-Game gerade aussah. Ich bin vor allem Friends. Ja, bei ihr einfach nicht, dass ich der Tech-Game gerade aussah. Was willst du, Flogging? Ah, Grenzen. Ich springe. Was? Geh weg, Verlore. Geh weg. Oh, Kapun, komm her. Wir müssen das jetzt rechnen. Ich bin Detektor. Ich darf deinen Fußnagel wegschieben. Bleib stehen, bleib stehen. Du bist ein Symbol für 50 weggebracht. Julis Kosmetikstudio. Geht klar. Oh, du Füsse. Du kannst mich, weil du bist im Team. Jetzt halt doch still Kapuze. Hey, tschau. Truli hat auf den Däthnic schossen. Halte, 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 halte. Die hat auf den Däthnic geschossen. Da liegt noch ne Leiche. Ich bin nicht mehr getroffen. Hallo, ihr. Der Däthi hat bestimmt auch erschossen worden. Und der hat doch einen anderen Boomer reingeworfen. Am Ende, am Ende, am Ende ist es schon wieder. Oh, 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 das tut ihm jetzt leid, wenn er es nicht isst. Aber es ist Kunt dran. Wer war's, wer war's? Oh, er war da hoch gegangen. Hey, was geht ab da, oder? Was war das denn so für ein random? Oh, kompiert, oder? Konfirm, Alex, konfirm. Scheiße, wie seid ihr denn? Nein, er hat ihn doch hier gerade erschossen, ihn hier. Oh, scheiße. Wieso schießt er auf mich, Alex? Taut er aber auch noch später, ja. Sag doch ein Tauterleiche mitten in dem Pulk. Da, hier, mittels Schiff, mittere... Bitte? Friends! Fisk! Fisk! Dettelmelan! Oh, shit. Dettelmelan! Kalt! Schießt einfach alle ab. Nee, ich will nicht. Der Rest sind dann scheiße zusammen. Der Rest sind keine. Alle, alle! Ich bin vergiftet worden! Kapuste! Die Block wurde gespiritet. Ich bin vergiftet! Ich bin vergiftet! Ja, ach nee! Wieder da! Leute! Poison gar noch! Wo denn? Keine Ahnung! Ich seh nicht! Grants ist es! Grants ist es! Grants ist es! Grants ist es! Hey! Was war das denn? Grants ist es! Er hat mich voll gekillt! Moment! Es leben doch dann nur noch Alex und Maru! Einer von den beiden muss mich vergleichen! Danke Shinigami! Ich war der Einzige, die nur da übrig ist! Ja! Leute! Ich hab jetzt noch 8 HP! Alex oder Maru! Einer von... Maru ist tot! Es leben mehr Leute! Piss! 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 Ja, dann geh ich weg! Tschüss! Okay, sehr gut! Hiya! Hey Adams! Wer ist es denn jetzt? Der hier! Lass mich doch auf! Mich! Also Grants ist es! Also Grants ist es leider überhaupt! Ich bin über dir! Ich bin safe! Oh! Du hättest mich schon längst abgeschossen! Ich hätt' dich abschließen können! Fisk liegt da hinten rechts noch! Hinten rechts? Ich mach ihn weg! Nee, bleib hier! Ich bin aber ein Kämpfer! Ich hab aber nichts! Oben hier! Nee, das ist ein Deter! Links! Fisk da am Ende! Hallo! Ist es Fisk? Ist es Fisk? Kann nur Fisk oder Dalu sein! Dann ist es Dalu! Dalu muss es doch sein! Dalu hältst immer Leute gerne auf anderem! Eben! Dalu hat gesagt es! Eben! Doch! Dalu! Ah ok! Also ist es Dalu! Dalu ist es! Klar ist es Dalu! Geh weg! Ich will nicht zu dir! Geh weg! Dann schieß sie doch ab jetzt! Ich trau mich an! Ich will keinen Fehler machen! Ich hab Angst! Er wurde vergiftet und lebt... Ist halt wieder verliebt worden! Entscheiden! Eben! Iben! Kundran! Aber von wem? Er würde es ja sagen, wenn er wieder verliebt wurde! Kundran! Oh! Es ist weggestorben! Wer ist gestorben! Aber Kundran ist doch schon confirmed da! Oh! Fucking hell! Ey ok! Das war Fisk! Ich hab jetzt... Ich schieß jetzt alle ab! Aber... Dir ist dir bewusst, dass du... Dass du nie gestorben bist? Oder? Fisk! Bitte? Fisk! Jetzt komm her! Äh Kapuze! Was? Der stumme Dalu hat uns hier gerade... Er schieß doch nicht! Wo ist er? Dann sag mir doch wo er ist! Du bist ein richtiger Abo Penner! Wieso ich? Ja! Hast du deinen Freund gefunden? Einen Lieblingsfreund, den Alexander! Ich call dich! Hier ist einer gestorben! Der ist tot! Ich hab dich gecallt! Dank! Oh nein! Ist das the final battle dahinten? Ist das das schon? Warte mal! Warte mal! Okay, gib mir eine bissl preparing Zeit! Ja! Ja! Huh! Bist du bereit? Hast du trainiert? Bin richtig bereit! Du bist ja schon am Weg! Ich bin an der Leiche! Wenn du jetzt nicht herkommst belebe ich einen Trader wieder! Du es bitte nicht! Dann komm her! Okay! Hast du mich verarscht Kapuze? Nee! Are you fucking killing me? Du hast es! Du hast es! Du hast es! Hätt ich dir sagen können! Ah! Hätt ich dir sagen können, dass das passiert ist! Ich hab grad nichts gedrückt! Trotzdem messert man automatisch als Genie Gabi oder war das ein Bug bei mir jetzt gerade? Du hast anscheinend zwei in und angestochen, ja! Ja, es ist mir auch klar, dass sowas waren die würde ich natürlich auch nicht anstechen! Aber ich hab's immer zwischendurch immer in so einem regelmäßigen Rhythmus gemistert! Vielleicht warst du im Kampfrausch! Finger auf der Maus gehalten! Leute, aber wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Like! Schau mir einfach vorbei! Bis dahin macht's gut! den. Ha-h ich bin auf! chueno! Diese pulle zum Essen! Hon ist 22,3 Ta-wurte aus! Was das hat